Hallo, ich begrüße euch bei einer weiteren Sendung auf Pantheray mit Stefan und er wird uns ganz frech erklären, warum das Ganze mit dem Zielsetzen völliger Quatsch ist. Viel Spaß beim Zusehen. Hi Stefan, du bist auch schon voll integriert hier in unserem Team. Du machst hier so die Klappe und du bist echt eine frohe Natur. Ich freue mich, dich hier zu haben. Hätte ich nicht gedacht, dass du so locker und cool drauf bist, muss ich ehrlich sagen. Also ich wirke wie so ein steifer Arsch, der... Dankeschön. Danke für die Vorannahme. Also noch lockerer, hätte ich echt nicht erwartet. Und es macht Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Und du hast ganz zufälligerweise auch heute dein Buch mitgebracht. Ach so, war es verrückt. Ja, der Verlag wird dich dafür lieben. Aber tue Gutes und spreche drüber. Ja, deswegen finde ich das trotzdem passend und wichtig. Und gerade auch für Kinder, für Erwachsene, man hört ja immer mehr wichtige, diese ganzen Ziele und so weiter. Du musst dir Ziele setzen und dir dann erreichen und drauf hinarbeiten, kurz, mittel, langfristig. So kriegen wir das alle mittlerweile überall reingehauen. Jetzt kommst du da um die Ecke, ja. Musst natürlich jetzt mal wieder alles anders machen, über einen Haufen werfen. Warum tust du uns das an? Ich habe mich jetzt schon an kurz, mittel, langfristig gewöhnt, ja. Und jetzt sagst du alles Quatsch. Wie kommst du dazu? Warum Ziele Quatsch sind und wie wir sie trotzdem erreichen? Ich glaube, es geht überhaupt nicht um Ziele. Ziele sind letztlich einfach nur Ergebnisse, die irgendwo entlang des Weges sind. Pass auf, ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich hoffe, es können viele was damit anfangen. Hast du schon einmal eine Diät gemacht? Mich sehr... Ja, doch, habe ich gemacht. Hast du schon einmal gemacht? Also ich glaube, viele können damit was anfangen. Ich kenne das bei mir auch. Also stellen wir uns mal so eine Diät als ein normales Projekt vor. Wie machen wir das? Also wir definieren minus fünf Kilo. Das ist also das Ziel. Und jetzt weiß man in der Regel, was man tun muss. Also weniger fressen, insbesondere weniger Zucker, nicht so viel Fett, ein bisschen mehr Grünsack, ein bisschen Bewegung, nicht so viel Saufen. So, du bist bei mir, okay? Ich bin bei dir. Okay, so. Und jetzt geht es in der Regel los. Also wir verändern ein Verhalten für eine bestimmte Zeit. Pizza ruft, isst mich, wir sagen nein. Wein ruft, trinkt mich, wir sagen nein. Und wir haben erste Erfolge. Minus ein Kilo, minus zwei Kilo, minus drei. Manchmal ist es hart, würden wir Kindern fast eher Eis klauen, aber wir schaffen es irgendwie. Minus vier, minus fünf, geschafft. Und jetzt pass auf. Als viele schaffen das nicht, dann sagt man denen, du musst halt noch mehr wollen. Und dann sagt man, nein, nein, keine Pizza. Minus fünf Kilo. Jetzt haben wir es also geschafft. Die Waage zeigt, wir sind am Ziel. Problem ist, die Pizza ruft jetzt immer noch, iss mich. Korrekt. Und was sagen wir jetzt? Jetzt geben vielleicht einige wieder nach. Einmal ist keinmal. Und einmal reicht nicht. Aus einmal wird mehrmals, minus fünf Kilo, plus sechs. Jojo-Effekt. Und das ist bei fast allen Diäten so. Ich nehme jetzt Diät als Beispiel. Das heißt, das eigentliche Ziel ist ja was ganz anderes. Das eigentliche Ziel ist nicht fünf Kilo abnehmen, sondern fünf Kilo leichter sein. Oder ein bisschen sportlicher oder ein bisschen schlankerer Bauch oder andere Kleidergröße oder was weiß ich. Und nicht fünf Kilo abnehmen. So, jetzt müsste man sagen, nee, der Weg ist das Ziel. Es geht gar nicht ums Ziel. Es geht darum, dass man dauerhaft das neue Verhalten beibehält. Aber warum machen wir es nicht? Jetzt Achtung. Essen erfüllt ja auch andere Funktionen. Das schmeckt zum Beispiel. Oder das tröstet und das lenkt ab. Oder das hilft gegen Stress. Jetzt muss man sich fragen, warum brauchst du Hilfe gegen Stress? Warum hast du Stress? Warum musst du getröstet werden? Wovon musst du dich ablenken? Oder viele Menschen, sehr viele Menschen, wollen abnehmen, weil die sich nicht schön fühlen. So, was hat jetzt dieses Ziel mit dem eigentlichen Sinn zu tun? Gar nichts. Jetzt ist auch nicht mehr der Weg das Ziel, sondern das Ziel ist jetzt nur noch im Weg. Also wir müssen uns jetzt gar nicht mehr die Frage stellen, was für ein Mensch muss ich werden? Ich muss ein Mensch werden, der sich mag, wenn der Gürtel spannt, der Grünzeug eh immer isst und Cola durch Wasser ersetzt. Aber um so ein Mensch zu werden, müssen wir tiefere Veränderungen in uns selbst beginnen. Und darum geht es eigentlich. Und ich habe da so ein Modell, mit dem ich sehr gerne arbeite. Das ist ein Kompass. Kompass kennt jeder. Und viele denken so, eine Ziele-Kompass-Nadel ist das, an was man sich im Leben orientiert. Aber das ist nicht das, was einen wirklich zum Ziel bringt. Es gibt nämlich noch eine zweite Kompass-Nadel. Das ist der Weg. Und jetzt stell dir vor, du willst Ziel, fünf Kilo abnehmen. Für kurze Zeit geht der Weg in die Richtung. Und dann geht er wieder zurück. In das, was du über Jahre und Jahrzehnte gelernt hast. Und wenn du jetzt zum Beispiel gerne Pizza isst und gerne Wein trinkst. Und eigentlich, Ernährung ist dir eigentlich egal und du bist ein Genuss-Typ. Dann wirst du immer ein Problem haben mit diesem Konflikt. Und jetzt, wenn du genauer hinschaust, dann gibt es noch eine dritte Kompass-Nadel. Und das ist der Sinn von einem Verhalten. Okay? Und stell dir vor, du möchtest fünf Kilo abnehmen, aber weiterhin so essen wie bislang. Und dritte Kompass-Nadel in eine andere Richtung. Eigentlich willst du nur abnehmen, weil du dich nicht schön fühlst. So, und jetzt ist das Chaos perfekt. Während Menschen, die glücklich, kongruent handeln und ihre Ziele dauerhaft erreichen, die machen das immer andersrum. Die fragen sich zuerst, wer bin ich, was will ich, was fällt mir leicht, wo ist mein Sinn? Erst die Sinn-Kompass-Nadel. Und dann sagen die, ach, daraus folgt dieses und jenes Verhalten. Super, dann machen die das und dann erreichen die Ziele automatisch. Und das ist witzig, wenn du so Erfolgstypen oder Menschen, die glücklich sind, und wenn du die anguckst, sagst, wie machst du das? Dann die ganz häufigen, hör, ich hab mal das und das Ziel gesetzt, und dann bin ich da in die Richtung. Und dann versucht man, dieses Ziel-Setz-Verhalten zu simulieren. Aber das passt gar nicht auf jeden, weil jeder einen anderen Sinn in sich spürt. Ich sehe, also ich sehe. Also das ist ja auch dann, der Sinn ist der Platz Nummer eins, also dass man das sozusagen aus sich heraus macht. Und deswegen ist es, wie findet man dann den Sinn für sich selber? Wie würdest du da jemandem, der da noch etwas umbeholfen ist? Zunächst mal würde ich erst mal dieses Modell sacken lassen, weil das Modell ist ziemlich krass. Das heißt nämlich, dass sehr viele Menschen, vielleicht kennst du das auch, oder im Freundeskreis oder Bekanntenkreis, sehr viele Menschen handeln nicht aus sich heraus, weil die etwas gerne tun und leidenschaftlich tun, sondern weil sie es jetzt müssen. Jetzt im Job muss ich zu dem Meeting, da muss ich die und die Abgabe machen, da muss ich das und das. Das heißt, wir haben uns angewöhnt, diesen äußeren Zielen hinterher zu hecheln, um mittel- und langfristige Ziele zu erreichen, eine Beförderung im Job, höherer Gehaltsstufe, was weiß ich. Also wir sind so sozialisiert. Das heißt, wir gucken immer, was ist meine nächste Pflicht? Und dann kämpfen wir uns durch. Wenn du aber so gechillte, erfolgreiche Typen anguckst, die ticken immer anders. Die sagen, ich habe doch keinen Bock auf den Scheiß. Er hat doch nichts mit mir zu tun. Ich ordne mich doch da nicht ein. Ich weiß doch, was ich will. Und eine Geschichte, die ist vor einigen Jahren passiert und die erzähle ich an der Stelle gerne, da habe ich ein Motivationsseminar mit Ärzten gehalten. Das war für so eine Fortbildungspunkte, die die bekommen haben. Und die Gruppe war happy, war ein schöner Tag, 20 Teilnehmer, ein Teilnehmer hatte keinen Bock. Es war in der letzten Reihe, guckte sich das kurz an, fing an, mit dem Handy rumzutippen, hat E-Mails beantwortet, ging einmal ans Telefon. Dann sage ich, Entschuldigung, was machen Sie hier? Und dann sagte der, ich soll mich nicht stören lassen, sei nicht persönlich gemeint, aber das Thema würde ihn nicht interessieren. Dann frage ich, nee, was machen Sie hier? Warum, wie alt sind Sie, 46? Warum sitzt ein 46-jähriger erwachsener Mensch einen Tag in einem Raum, in dem er eigentlich gar nicht sein möchte? Was ist schief gelaufen? Was ist denn los? Du kannst doch jederzeit gehen, ich halte dich doch nicht fest. Und dann sagte der mir, ich soll mich nicht stören lassen, er bräuchte diesen Tag hier für seine Fortbildungspunkte. Weil er so, und ich denke, aber Alter, du bist doch keine 16 mehr. Sag ich, was hast denn du für einen Job, dass du dich so verbiegen musst? Sagt er ja, in der Uniklinik und so viel Stress und so viel. Und er hat jetzt nur diesen Timeslot, dann frage ich ihn, aber wenn die Uniklinik zu stressig ist und so blöd ist und dich so anstrengt, was machst du hier? Sie, was machen Sie dann hier? Was machen Sie jetzt hier? Okay, und dann fing der an und Uni, was er alles tut. Dann sage ich, okay, pass auf, jetzt hypothetisch. Angenommen, Sie müssten das gar nicht machen. Wozu sind Sie denn noch in der Uniklinik? Sie können doch jederzeit gehen. Dann sagte der, das ist doch klar, er will Professor werden und so weiter. Und als wir mit haben, dann sage ich, Sie sind 46. Was tun Sie und was müssten Sie tun, um Professor zu werden? Dann sagte der, naja, eigentlich müsste ich forschen, publizieren, Studenten, Studien, Kongresse besuchen, Wissenschaft machen. Dann sage ich, okay, warum machen Sie es denn nicht? Und dann sagte der, weil ich Studenten nicht mehr sehen kann. Ich hasse die Uni, ich hasse die Wissenschaft, ich hasse dieses Publizieren, dieses Forschen. Dann sage ich, merken Sie, Ihr Ziel geht in diese Richtung, der Weg geht in jene. Und dann frage ich, wozu will er denn Professor werden? Weißt du, was er gesagt hat? Vater war auch Professor. Nee, war noch krasser. Hau raus. Ist doch klar, ich will Professor werden, damit ich endlich den Scheiß-Titel habe, damit ich endlich aus der Scheiß-Uni rausgehen kann, damit ich endlich eine Privatpraxis eröffnen kann, damit ich endlich mehr Geld kriege und weniger arbeiten muss. So. Ach du Scheiße. Genau. Und alle gucken den Ansagen, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist dem selbst aber nicht aufgefallen. Und weißt du, so viele Menschen da draußen machen das genau so. Die gucken, wo ist das unmittelbare nächste Ziel, leiden, kämpfen, halten durch, aber beschäftigen sich gar nicht damit, was in ihnen drin ist. Das ist doch auch ein krasser Auslöser für alle möglichen Krankheiten. Ob er psychosomatisch ist. Natürlich. Oder auch, ob sich das dann körperlich irgendwie manifestiert. Oder so. Dieser Leidensdruck. Es ist immer das Gleiche. Weißt du, was du aus deinem eigenen Antrieb heraus machst. Ich frage mich zum Beispiel immer wieder regelmäßig, fühlt sich das, was ich tue, wie spielen an? Weißt du, Kinder, die machen das nicht mit Zielplanung. Wie lernen Kinder das Laufen? Du sagst nicht, du bis zum 31.03. musst die kleinen Lisa 10 Meter in 8 Sekunden zurückgelegt haben. Das ist bescheuert. Wie lernen Kinder? Durch Versuche und Irrtum. Hochziehen, hinfallen, hochziehen, hinfallen. Bisschen länger stehen bleiben. Also wir haben interne Glücksprogramme. Spielprogramme, da wo wir uns reinwurschten, wo wir leidenschaftlich dabei sind, da entstehen Ergebnisse aus der Leidenschaft heraus. Und die Ergebnisse äußern sich in Zielen. Und das ist ganz easy. Das ist nicht schwer. Wenn du jetzt aber sagst, ich muss das jetzt hier in einen Prozess packen und mit einer Excel-Tabelle und einer Planung und kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Und die Welt verändert sich sowieso immer. Das ist auch seltsam. Also die Ziele im nächsten Jahr sehen mit Sicherheit anders aus als dieses Jahr. Ach, scheiße, Mensch. Mensch, du guck mal, die Welt hat sich ständig... So, dann kämpfen wir. Aber darum geht es im Leben überhaupt nicht. Stell dir mal zwei Schreiner vor. Der eine ist Schreiner aus Leidenschaft. Der schreinert, weil der liebt die Atmosphäre seiner Werkstatt. Hier, guck mal, hier sind hoffentlich lauter Menschen hinter der Kamera, die Bock haben auf ihren Job. Die lieben das. Ja, guck mal, er sagt so gerade. Jetzt stell dir mal vor, du machst das, bist irgendwo bei einer öffentlich-rechtlichen Anstalt angestellt und jetzt guckst du auf die Uhr. Und heute ist mal eine Geschichte von dann bis dann und danach gehe ich aber nach Hause. So. Ja, wer hat mehr Bock auf seinen Job? Wer hat mehr Bock auf sein Leben? Und das ist so krass, weil wir immer glauben, in diesen Systemen zielgerichtet uns einsortieren zu müssen. Und deswegen bin ich auch so ein Freund von freier Welt, von Selbstständigkeit, von Unternehmertum, von eigenen Stärken, eigenen Interessen wahrnehmen, weil glückliche, konkurrente Menschen, die auch leistungsfähiger sind, die machen das sicher aus. Der Schreiner, der eine bestimmte Anzahl von Schränken bauen soll, der hat weniger Bock auf den Job, als der Schreiner, der sagt, ich liebe die Werkstatt. So, fertig. Das ist ja auch so ein bisschen das preußische Schulsystem, das wir immer noch haben in diesen festen Strukturen. Die Idee war ja mal sozusagen, den idealen Soldaten hervorzubringen. Da ist ja noch viel von auch noch im jetzigen System in einer gewissen Art und Weise immer noch verankert, die Strukturen. Da müsste wahrscheinlich einiges getan werden. Trotzdem, es interessiert mich jetzt privat ganz kurz, wie ist es denn ausgegangen mit dem 46-jährigen Arzt? Konntest du ihm nachhaltig helfen? Ich weiß es nicht. Oder hat er es wenigstens jetzt geschafft? Aber schau mal, auch für mich zum Beispiel, ich habe mal Psychiatrie, Psychotherapie machen wollen, also Störungen behandeln sozusagen oder Menschen mit einer Störung. Und ich habe für mich, irgendwann gemerkt, ich will das energetisch nicht. Das macht mir keinen Spaß. Kann ich mir auch sehr vorstellen, dass es sehr, sehr energiesaugend ist. Ist energiesaugend, weil du arbeitest ganz viel problemfokussiert. Und genauso mache ich das immer noch bei Coachings. Jeder Mensch ist frei und darf das als Hinweis ansehen. Irgendwas stimmt nicht, wenn er so einen etwas rumpeligen Seminarleiter da trifft wie mich. Aber, und jetzt zu einer grundlegend anderer Shift, was mir extrem viel Freude bereitet, ist, wenn wir Seminare, Coachings oder Vorträge machen. Und Menschen wollen wirklich wissen, wie wende ich das denn jetzt an mit so einem Zielekompass? Oder wo geht es nach vorne? Und ich glaube, dass es wichtiger ist, die Richtung sozusagen zu weisen und den Menschen zu erlauben, in die Richtung zu gehen, die Bock haben. Ich nehme eine andere Analogie. Du hast im Leben, du hast immer Unkraut und du hast schöne Blumen, schöne Pflanzen. Und du hast immer die Wahl, worauf fokussiere ich mein Wirken? Möchte ich Unkraut jäten oder möchte ich Blumen pflanzen? Ja, ich bin mit meinem Garten nicht einverstanden. Na klar, du kannst rausgehen und kannst sagen, das rupfe ich raus und das ist scheiße und das ist scheiße und dir zeige ich es mal richtig. Oder sag, nee, nimm deine Energie und sag, okay, was soll denn schön sein? Und mach das groß. Und das ist das, was ich eigentlich in meiner Arbeit seit vielen Jahren versuche. Weil Probleme gibt es ohne Ende auf der Welt. Aber die werden nicht gelöst, indem du die Probleme beseitigst, sondern indem du bessere Systeme schaffst, indem du Spielfelder schaffst für Menschen, die etwas aus sich machen. Also wir können alle so ein bisschen angeschaltet werden, so ein bisschen das Blitzen in den Augen. Das ist auch so krass, wie viele Leute haben früher Blitzen in den Augen gehabt, was du als Kind wüsste, Indianer werden, die Welt retten, du willst ganz, ganz toll und dann kommst du so in diese Maschinerie rein und dann irgendwann, muss ich nicht die Klausur bestehen, ich muss das und das und ins nächste Meeting und ja, boah, furchtbar. Wie können wir da die Kinder und die Menschen ein bisschen vorschützen oder welche Werkzeuge in die Hand geben, dass sie eben nicht von dieser Maschinerie aufgefressen werden, dass sie sich dem auch noch bewusst bleiben? Das geht ganz viel über Kompetenz und Selbstkompetenz. Also, dass man sich auch traut, zum Beispiel, stell dir mal vor, du bist ein paar Jahre in so einem System drin, dann glaubst du nicht mehr, dass du alleine überleben kannst. Du glaubst nicht mehr, dass du Stärken hast. Dann bist du nur noch das Resultat deiner Kollegen, die dir jeden Tag irgendwas spiegeln. Ja, also der Alexander kann das und das und das und das und da und da ist er schlecht. Und jetzt hast du so ein bisschen Angst. Scheiße. Angst funktioniert, ja. Angst funktioniert und die machen wir uns selbst, die Angst. Die machen wir uns selbst, diese Angst. Kopfkino, ne? Kopfkino, was wenn? Und das ist der Alexander, ich sag mal, um die 40, ist Familienpapa, hat vielleicht eine Eigentumswohnung abzubezahlen, hat seine laufenden Ausgaben und so und jetzt werden aus Menschen, die eigentlich was rocken könnten, so ängstliche Roboter, die den Status Quo erhalten wollen und die dann auch in Organisationen ihre bestimmten Entscheidungsmacht bekommen, etc. und dann kommen die Jungen und sagen, gib mir was und dann sagst du, nee, pass mal, jetzt pass dich erstmal an. Und dann, solche Organisationen, irgendwann sterben die alle. Das ist übrigens auch ein typischer Männerfehler. Es gibt so das Alter, wo dann die Männer, kennst du Spiegeleier? Wo Männer Spiegeleier entwickeln? Erzähl. Das ist, wenn man seine Eier nur noch im Spiegel sieht. Also das ist, wenn du dann so ab einem gewissen Alter, weißt du, so Bauch wird immer dicker, du wirst immer fauler, Testosteron-Level geht runter, du hast keine Muskeln mehr. Und dann guckst du dir die Nasen an und die früher, die Macher, die ich will was im Leben, die sind schwach geworden, weil die sich nur an äußeren Systemen entlanghangeln, weil die, weil die, so, und dann guckst du so ein Kind, ich habe diesen schönen Sprachspruch vor kurzem irgendwo gehört, ähm, kennst du wahrscheinlich, nicht, es gibt eigentlich nur zwei Menschen im Leben, denen du Rechenschaft schuldest. Das eine ist dein achtjähriges Ich und das andere ist dein 80-jähriges Ich. Ja. So, also, wo willst du hin und gehst du deinen Weg und später, wenn du zurückguckst, guckst du mit Zufriedenheit und stolz zurück und die, die das machen, die gibt's, ja, die haben diesen Kompass. Er ist der Sinn, in die gleiche Richtung geht ein Weg und dann erreichst du deine Ziele unterwegs automatisch. Oh ja. Ja. Sorry, jetzt rede ich schon wieder so viel. Das ist dein Job, oder? Weißt du, was auch so geil ist? Wann verändern wir was im Leben? Wir verändern häufig was, wenn wir in eine Krise kommen. Aber was ist eine Krise? Weißt du, du hast dein perfektes System. Sinn, Ziel, Weg, alles in eine Richtung. Krise ist fast immer, eine Sinnkompassnadel verschiebt sich. Ein Kunde bricht weg, dein Job geht pleite, wir haben eine Corona-Pandemie, wir, was weiß ich, du hast eine schwere Krankheit, du hast einen Unfall. dass du eher auf dem falschen Weg warst. Oder du bist, pass auf, was ist der schlimmste Faktor, um unglücklich zu bleiben? So weitermachen wie bisher? So weitermachen wie bisher. Das war nicht abgesprochen. War nicht abgesprochen. Aber das ist genau das, was ganz viele Leute machen. Die versuchen, weitermachen zu machen wie bisher, aber sobald du eine fette Lebenskrise hast, deswegen dürfen wir vielen Krisen noch dankbar sein. Lebenskrise heißt, Sinnkompassnadel verschiebt sich. Du, wenn es dein Schatzi nicht mehr ist, dann tu nicht so, als ob du noch die nächsten Jahrzehnte mit ihm planen musst. Ja, so, dann heißt es, oh fuck, meine Aufgabe im Leben ist, jetzt die Wegkompassnadel zu verschieben. Was Neues, Neuerfahrungen, schrecklich, ja, aus der Komfortzone raus und sowas. Und dann erreichst du neue Ziele. Und wenn Menschen das gelernt haben, dieses von innen nach außen, also wer bin ich, was will ich, was ist, was ist, nicht was sollte sein, was ist, was ist meine Essenz, meine Persönlichkeit, meine, ja, und daraus dann Handlungen folgen lassen. Das ist, das sind super coole Leben. Ja. Die tun, was sie wollen, was sie lieben, im Idealfall etwas, was anderen Menschen hilft. Es fällt ihnen leicht, sie bringen sich Kompetenzen bei und erreichen wie nebenbei ihre Ziele. Und dann hast du die ganzen, Schafe ist ja ein mittlerweile ein bisschen falsch konnotierter Begriff, aber dann hast du die ganzen Sachen, die darf man nicht machen, darfst du nicht ausdecken. falsch. Musst du machen. Ja, das ist ja dieses Prinzip sozusagen, sobald jemand aus der Herde rausschaut oder sobald die Ehre rüberwächst, soll sie ja abgekattet werden. Das ist ja auch eine gewisse Programmierung, die da stattfindet. Das ist ja, dieser Individualismus ist ja nicht mehr so gewünscht, habe ich so das Gefühl. Aber gerade der bringt ja auch gerade solche Menschen wie dich hervor, die dann, die es dann schaffen, in so einem Buch uns den Sinn zu vermitteln und überhaupt mal darauf hinzuweisen. Hey, Sinn. Ich würde folgendes, da werde ich jetzt vielleicht ein bisschen kleinteilig, aber wenn man sagt, Individualismus sei nicht gewünscht, allein die Formulierung ist schon so eine gewisse Opferhaltung. Ich denke jetzt an China oder so was. Genau, weil bei uns in unserem Kulturkreis, da wundere ich mich drüber, wie viele Leute sagen, ja, ist ja nicht gewünscht, das darf man ja nicht oder wie viele von vornherein in so einer inneren Opferhaltung oder so einer, ja, was ich das sage, Glaubenssatz so, das macht man ja nicht. Und dann kommt man in so ein, nee, ist ja nicht, nee, in China vollkommen. Vollkommen. Aber bei uns, wo wir alles tun könnten, in dem Moment, wo mir einer sagt, ja, das will ja das System nicht, da sage ich, armes Opfer. Du, armes Mai, 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 das will das System nicht. Ja, du, wenn du deinen Arsch vom Sofa zur Tür bringst, kommst du im Leben überall hin. Schaffst es vom Sofa zur Tür, ja, so, dann hör auf zu sagen, das System will mich nicht. Nee, du bist zu feige. Ja, du guckst nicht hin. Du gehst nicht durch die Themen durch, die für dich interessant wären. Das ist Real Talk, so lieben wir dich. Ja, ich meine, so direkte Aussagen, und das erlebt man natürlich nur in so einem Interview wie hier, aber es gibt natürlich auch viele Feigeister, die möchten das nochmal detailliert nachlesen, die möchten das nochmal erklärt bekommen in Ruhe und dann sozusagen findet dann so eine kleine stille Revolution statt in einem selber. Der kann das Ganze sich hier im Ganzen durchlesen, zum Abschluss. Hast du zu dem Buch oder auch als Tipp noch etwas zu sagen? Ja, es gibt eine ganz spannende Abkürzung dazu, herauszufinden, wer man selber ist und vielleicht gar nicht, wie lange der Abschluss wird, weil da muss ich ein ganz neues Thema aufmachen. Und zwar, es ist in den letzten Jahren eine andere Art von Revolution am Gange. und zwar die Revolution mit psychedelischen Substanzen. Weiß nicht, ob du dir dieses Thema etwas sagst? Ja, vielleicht kommt es ja sogar im dritten Interview. Vielleicht kommt es ja sogar im dritten Interview. Also, Psilocybin, LSD, Ayahuasca, Mescalin, es gibt teilweise Jahrtausende alte schamanische Rituale, die Folgendes haben. Jetzt gehe ich nochmal in dieses Modell von dem Buch. Wir haben Programmierungen im Kopf, die wir wollen, dass die Welt auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert. Und wir gewöhnen uns daran, dass wir die Summe dessen sind, was wir tagtäglich tun. Und während, wenn du in psychedelische Prozesse hineingehst, kann man auch sagen, Yoga, Achtsamkeit, Meditation, das sind alles tolle Sachen. Psychedeliker schaffen es, Gehirnareale miteinander zu verbinden, die teilweise seit Jahrzehnten nicht mehr miteinander gefunkt haben. Wie bei Kindern. Ein Kind läuft durch die Welt und ist offen. Und sagt, offen, was ist denn das? Guck mal, das ist eine Wand, das ist ja nur ein Stoff. Schon mal Wahnsinn. Und wenn ich aber ein paar Jahre hintereinander glaube, die Wand ist fest, dann fasse ich nicht mehr hin. Und bei Psychedelika ist es so, und das ist alles Wissenschaft, was ich gerade sage, bis 1966 war LSD die meistbeforschte Psychotroposubstanz der Welt, dann wurde das verboten. Und in den letzten Jahren kommt das krass zurück und das wird in den nächsten Jahren eine fette Revolution erfahren, weil man mittlerweile weiß, auch in Studien beweist, LSD löst Knoten oder psychotrope Substanzen lösen Knoten, machen kreativer, schaffen es, Nervenverbindungen im Kopf wieder frei zu pusten, die wir alle haben. Wir können durch so eine Reise ins Innere, es gibt so krasse Studienergebnisse, posttraumatische Belastungsstörungen heilen, Depressionen heilen, Zwangsstörungen, Clusterkopfschmerz, süchtelos werden und sowas. Das heißt, da gibt es eine Substanzklasse, für die es aber noch keine Multiplikationssysteme im Sinne von Pharmaindustrie oder Wissenschaft oder sowas gibt. Aber es gibt weltweit viele Leute, die damit arbeiten. Es gibt weltweit die Möglichkeit, Retreats da zu besuchen oder Coachings zu machen. Es gibt auch immer wieder juristische Lücken, wo man auch in Deutschland sowas machen darf. Das ist ein bisschen verändertes Molekül. Das ist ein bisschen verändertes Molekül, genau, dann ist das jetzt quasi erlaubt, also du machst nichts Illegales. Und das ist eine Arbeit, die mich in letzter Zeit sehr, sehr fasziniert, in die ich auch selber aktiv mit eingestiegen bin, weil ich merke, dass man, wie gesagt, ich rede jetzt über den legalen Rahmen, also das ist alles legal und ich merke, wie man sehr viel schneller bei der Sinnkompassnadel landet, wie man sehr viel schneller dabei landet, wer man wirklich ist, was man wirklich will, wo so die eigenen Schattenseiten sind, was hat wehgetan im Leben oder was schleppst du mit dir rum, was du loslassen darfst. Und es ist erstaunlich, ich schreibe in dem Buch, gehe ich auch näher darauf ein, wie ich beispielsweise bei einem MDMA-Coaching selber das Gefühl hatte, in einer halben Stunde fünf Jahre Psychotherapie komprimiert zu erleben. Ja, weil jeder hat irgendwelche Arten von Knoten, die man mit sich mitschleppt und wenn du, also in dem Buch steht das alles nochmal genauer drin, nochmal genauer erklärt und das halte ich tatsächlich für die Bewusstseinserweiterung, für die Selbstfindung, für das wahrscheinlich stärkste Tool, das stärkste Instrument, was es gibt. Ich finde es wichtig, dass du solche Erkenntnisse mit uns teilst, gerade auch im deutschsprachigen Raum, da bist du ja auch einer der Vorreiter, so wie ich das heraushöre und ich finde es gut, dass du das nach Deutschland bringst und ja, vielen Dank für deinen wichtigen Beitrag und für deine ganzen Erkenntnisse und Dankeschön. Super Interview. Danke. Danke. Danke.